Offroad-Elektroscooter Camtob S311 Dieser Hochleistungs-Offroad-Elektroroller für Erwachsene kommt mit einem leistungsstarkem, bürstenlosen Doppelmotor, welcher eine Beschleunigung auf 20 kmh in nur 2,5 Sekunden erreichen kann. Insgesamt kann das Modell aber sogar bis zu 85 kmh schnell fahren. Hier hören die Besonderheiten des Camtob Offroad-Scooters aber noch nicht auf. Das Modell besitzt durch seinen 38 Amperestunden 60 Volt Akku zudem eine extrem hohe Reichweite von bis zu 100 kmh, bis es dann innerhalb von nur maximal 6 Stunden wieder aufgeladen werden muss. Durch den leistungsstarken Motor in Kombination mit der auch sehr leistungsstarken Batterie können mit dem Modell auch Steigungen bis zu 45 Grad bewerkstelligt werden, womit das Modell auch extrem stark für den Offroad-Bereich geeignet ist. Dafür sorgen auch die sehr breiten und profilstarken 11 Zoll Luftreifen sowie die extrem starke Stoßdämpfung. Verbaut sind zwei umgekehrt hydraulische Langstrecken-Stoßdämpfer, der Wettbewerbsklasse. In Kombination mit den hinteren 12-stufigen hydraulischen Stoßdämpfern bremst dieser Scooter auch bei extrem hohen Geschwindigkeitsstößen im Gelände perfekt ab und sorgt damit für eine gute Fahrsicherheit. Dieses Modell ist aber nicht nur außerordentlich leistungsstark, schnell und stark gefedert, sondern auch sehr, sehr stabil. Es kann eine unglaubliche Tragfähigkeit von bis zu 400 kg aushalten. Außerdem dabei sind die hydraulischen Schmetterlingsbremsen des vorderen und hinteren Doppel-E-ABS-Bremssystems. Diese sprechen sehr sensibel an und haben dadurch einen kurzen Bremsweg, was natürlich zusätzlich für eine gute Fahrsicherheit garantiert. Außerdem dabei ein 2-in-1-LCD-Dashboard mit Daumengas. Hier sieht man alle wichtigen Fahrdaten. Außerdem kann man das Modell ganz einfach falten und dadurch super leicht verstauen. Und zu guter Letzt überzeugt das Modell noch durch ein starkes Belichtungssystem. Wir haben hier U7-LED-Doppelscheinwerfer mit Angel Eyes, eine seitliche LED-Beleuchtung am Trittbrett und noch ein Rücklicht mit Bremsfunktion. Das Modell von Chemtop gehört auf jeden Fall zu den leistungsstärksten E-Scootern auf dem Markt. Ein sehr schnelles Modell mit einer außerordentlich hohen Stabilität und Geschwindigkeit. Mehr zum Modell erfahrt ihr über den zweiten Link in der Videobeschreibung.